Musik Genau, wenn ich immer einen töte, mache ich den Dance-Move, Alter. Es ist mir egal, dass ich die abfacke. Der Retail Row hat nicht sogar einen Krieg gehabt, ne? Ne, dann gehen wir jetzt fahren. Ne, du hast schon gesagt, aber fahren oder was? Wie wir so aber komplett eigentlich diese ganzen neuen Städte immer irgendwie gar nicht anspielen, ne? Ne, warum denn auch? Genau. Ich meine, ich finde zwar Horned Steel cool und Mobbyshorts, aber da gehen halt auch viele hin. Ja. Ich meine, klar, ich habe zwar Bock auf Action so, aber wenn es zu viel Action ist, habe ich auch nicht so Bock. Weil du weißt dann überhaupt nicht mehr, hast gar keine Übersicht mehr. Und irgendwie kommen dann fünf Millionen Gegner von fünf Millionen Seiten und dann ist es einfach das Gefühl, irgendwann. Warum, wenn du nichts zum Heilen hast, am Anfang? Fehl oder whatever. Ich bin mir im Wunder gekommen, ich glaube nicht, ne? Ich habe keinen gesehen, aber auch um ehrlich zu sein, nicht darauf geachtet dieses Mal. Hier ist schon mal keine Kiste, du. Schon mal du. Ja, Langscheune ist auf jeden Fall keine Kiste. Aber hier ist noch eine Shotgun, falls du eine brauchst. Ja, in grün. Am vorderen Eingang, links um die Ecke. Die habe ich immer noch. So, du hast schon mal eine Kiste. Beide sind gut. Haft, bin gut. Beine ist er wieder. Medikiert habe ich auch im Stüssel. Bei mir ist einer. Zwei. Einer hat kein Schild mehr. Einer down. Ah man, geht doch nicht um die Ecke. Ich weiß nicht, wo der Typ hier ist. Der ist hier drin. Habe ich. Neben dir liegt eine Medikid. Hast du glaube ich schon. Eins habe ich schon, jetzt habe ich zwei gefunden. Eine Bandage brauche ich. Kann ich den Schlürfers verwenden. Allerletztens war ich so dumm. Ich habe kleine Schildringe im Inventar und große. Und ich... Oh, hast du schon eine blaue, ja nicht? Ne, habe ich noch nicht, aber nimm ruhig mit. Und ich habe nicht gecheckt, ob ich den Großen nehme. Habe dann den Großen genommen und konnte dann den Kleinen nicht mehr nehmen. Habe ich zwar nicht 25 Schild, oder eher gesagt... Ja doch 25 Schild gewastet. Na, gar nicht. Ich hatte 25, dann hätte er einen kleinen trinken sollen und dann den Großen. Habe es nicht gecheckt. Es war einfach ärgerlich. War ärgerlich. Morgen nach der Schule Döner. Boah, ja. Hätte ich voll Bock drauf. Brichst du mal mit? Ich habe Bock auf den Gründer. So selten Gründer. Voll lange arbeiten, ja. Du auch, ich muss auch so... Ähm... 15,5 habe ich berufstuhl. Ja, ich muss bis 16, da sie arbeiten und dann muss ich direkt von da aus nach Dortmund-Eiern. Und da noch bei meiner Schwester arbeiten. Von meiner Schwester, gell? Auf und zu. Oder machst du's freiwillig? Ja, eigentlich... Also die müssen mir nichts geben, ich würde das so machen. Ach, ach so, du verlangst also nichts. Machst du's gerne, ey. Ah, Elektriker ist schon geil, oder? Dafür hat meine Schwester bei mir angeboten, bei mir zu putzen, ne? Wenn ich mal angeboten habe. Oha! Das ist ja ein guter Deal, ey. Ah. Mal gucken. Ja, ein sehr... Ordentlicher Mensch. Räumst du mal auf und so. Hm, hm. Eigentlich gar nicht. Zuhause bin ich in richtige Potsau eigentlich. Was wäre, wenn du alleine arbeiten würdest? Äh, alleine wohnen würdest? Ich denke, weil ich da größeren Raum habe, würde das nicht so katastrophalativ wie jetzt. Ich habe aber so ein dreimal drei Meter Zimmer so gefühlt. Hast du ein Doppelbild? Ne. Passt gar nicht bei mir rein. Dann kannst du dich in den Pfiff noch gar nicht mehr bewegen. Willkommen im Club. Hehehehe. So, äh, müsste eigentlich alles gelootet werden, was? Ja, ja. Dann auch nach... Ich würde gar nicht nach Loot gehen, ich würde, äh, Richtung Hotel da oben gehen. So können wir machen. Guck mal, wo die Zone ist. Boah, guck mal. Ja, was? Hast du noch kleine Schildschenkel? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne, ne, ich hab nur einen. So, der Typ, den ich die Killer hatte, hat nur einen dabei. Aber wir finden sicherlich nur Regen. Ja. Wie ist es monimäßig bei dir aus? 143. Gut, passt. Oh, das ist ne Pumpshotty. Jawoll. Sehr gut. Ich geh eben hier im Regenschirm gucken, ob hier noch ne Kiste oder so ist. Hier unten, da unten ist ne Miene und da ist meistens ne Kiste. Wenn du da hinten runter gehst, ja. Diesmal auch. Und sie regt wieder runter zu gehen, Papa. Ah, hat sich nicht gelohnt. War keine da? Doch, aber nur Schrott drin, ne? Scheiß Tech. Den Stein farmen ist immer gut. Ich finde aber... Die Zeit finde ich echt überhaupt keine Ska und so, ey. Wovon Gegner mir, ich wäre getötet. Der Motel war bestimmt schon da. Ne, die sind auch Kisten. Das hat mich auf jeden Fall noch interessant gemacht. Ähm, wie das neue Schusssystem dann wird. Ja, mal guck mal. Doch, das wird gut. Weil das jetzige Schusssystem ist irgendwie kompletter Müll. Das soll überändern. Ja. Ja. Bin ich halt eben kacke, wenn es Render ist, ja. Jetzt. Ja, heute wieder, das ist geil. Ich hab... Der Gegner hat sich nicht mehr bewegt, ja? Hast du ne grüne M4? Ne, hab ich nicht. Die ersten zwei Hits waren... Hier liegt eine. ...Headshots und danach habe ich den einfach gar nicht mehr getroffen. Obwohl ich immer auf die gleiche Stelle geschossen hab. Hier liegt eine. Da im LKW? Oben da auch, ja. Ich kann noch ein Schlürfen jetzt. Ach da. Auf dem Wohnwagen. Dann brauchst du Moni? 128. Ich hab 230. Das schon. Hab uns wieder Moni gefunden, bist du? Mannagen. Hat sich doch noch gelohnt, hier hoch zu gehen. Boah. Wenn sie dann in die andere Richtung laufen müssen. Wow. Weiß, jetzt finde ich die kleinen Schilddränge. Schilddränge mitnehmen. Ich hab's dabei. So, du hast es doch nicht gekriegt. Ja, ich hab momentan nur zwei Offen-Slots. Ja, ich hab noch Granaten dabei. Haben wir noch nicht gefunden. Bandagen und Schlürfen oder so. Ich hätte mal bei der Farm bleiben können, aber hat es trotzdem gelohnt. Ja. Du musst ja nicht direkt wieder über die Farm rennen, sondern einfach oben ein bisschen abchecken. Scheiße, ich hab's schon wieder vergessen. Zu tanzen nicht. Ja, ich vergesse auch ab und zu den Depp. Ja, da war aber nichts. Da war nicht mal ne Muni-Box. Hm. Der Drop, genau vor uns. Landet sogar nicht auf nem Baum. Wir könnten hier im Busch chillen und erstmal gucken, ob den Leute snacken wollen. Ja. Oder wir bauen den halt ein und snacken uns den. Oh. Guck mal, der Busch ist halt komplett vital. Ich bleib mal hier am Bau, äh, am Stein sitzen. Ich bin im Busch hier. Mit dem Skin ist man auf jeden Fall auffälliger. Ja, klar. Oh, dahinter kommt noch einer runter. Können wir gleich da eingehen. Gucken was drin ist. Guck. Großer Schildrank. Dumpet. Und der Autosniper. Na komm. Ich snack mir den aus dem Schild, sonst müssen wir den liegen lassen. Das ist aber auch kaputt. Vergleich zu dem dahinter? Ja, würd ich sagen. So. Autosniper war ja komplett glatt. Ja, mein Gold, ne? Ja, Gold, aber bringt halt auch nichts. Hier im Norden ist wieder keine Sau. Die sind wieder alle im Süden. Da lootlegt die Ecke wahrscheinlich. Und die kämpfen halt hier in den Häusern. Fädenwerfer, wenn du willst. Oh, ich spiele eigentlich ungeheuernd. Warte mal kurz. Ich versteck den mal eben. Bitte nicht. Willst du den spielen? Nein, nehm ich den. Okay. Dann lebe ich nur den. Kannst du die Granaten nehmen, wenn du willst. Ah. Wofür lasse ich danach die kleinen Schlüter hier liegen? Ich verstehe halt überhaupt keinen, ne? Ja. Aber hier im Haus waren wir auf jeden Fall, ey. Ja, das kann ja von ganz vom Anfang sein, ne? Fight ist halt... Der Endfight ist halt schon wieder... Okay, hallo? Hallo? Ich hab grad Standbild. Ich hab grad Standbild. Okay. Und bei mir ist aber komplett weiter geredet, also das ist kein Leck. Das ist komplett Standbild. Nein, das ist kein Internet-Leck. Fight ist halt schon wieder komplett open field. Ja, oder wir gehen hinten an den Wald. Auch, aber. Ja. Dass wir zumindest von dem offenen Feld weg sind. Da ist er jetzt geschnipend. Mhm. Man sieht einfach keine Sauweise, du kannst jetzt über das ganze Feld gucken. Neun Gegner noch. Neun Gegner noch. Ja, der Dopp kommt doch vom Wald runter. Alter, es zieht halt schon wieder nach nem Win out, ja? Ja, das ist nicht zu früh. Dinger. Mungo mit Flöde weil es der Wald nicht wirklich drin ist ja bei der ersten paar Bonn weil ich weiß glaube ich wo die Gegner sind oder zu Maidenkauern gegen gefährlich sein kann man auf irgendeinen Raum die können ja nur alle unten bei Tomatotown die Ecke so sein weil auf einem feinen Feld war ja nichts da war die Runde davor Action eigentlich auch wenn wir nicht gewonnen haben ja ich sehe welche Westen eine Brücke ok bei uns ist da gerade eine Festung aus Stahl rechts ist von dir ja wenn du hier am Stein bist gehst du die jetzt zu denen oder was ich wollte erstmal gucken ob das Haus überhaupt nicht safe ist wir sind über uns jetzt quasi dann fehlen aber immer noch zwei es scheint gegenüber zu sein Stahlfestung Stahlfestung die Angriffen von von rechts äh 285 steht da auf dem freien Feld ja aber lass dich doch erstmal kämpfen oder ne jetzt wissen wir von beiden Teams Stahlfestung die Stahlfestung die sind unten jetzt die sind alle close jetzt hier unten sind die gleich alle die kämpfen da schon ja da da auf der Straße auch einer ist niedergestreckt einer hat nen Hit geht der Berg auf den Berg oben raus ich geh nicht drauf hab ich hab aber low noch einer ich muss ich muss mich im Halt an der Tankstelle halt durch vier Sekunden drei Sekunden jawoll jawoll das war einfach was ist für Snacks ach Depp noch ach geht nicht mehr ha 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 ha